Ein herzliches Willkommen ihr Modern Consumers zu einem neuen Part Battle 4.3 und das wird ein besonderer Part. Ich habe mir überlegt, in diesem werde ich mal komplett mich mit dem Fliegen hier beschäftigen, Fliegen der Jets. Ich bin da noch ein bisschen talentfrei, aber ich will euch da jetzt mal zeigen, wie weit ich da bis jetzt bin. Ich habe jetzt so den Durchblick so grob, wie das alles abläuft und wie ich das zu machen habe. Ich habe mir auch schon so ein paar Sachen freigeschaltet, aber mir fehlt es da halt wie gesagt noch an Übung. Und das will ich mir jetzt hier ein bisschen weiter natürlich noch aneignen. Auf jeden Fall ganz wichtig ist, um diese Jets fliegen zu können, man braucht unbedingt die Flares. Das sind hier diese Abwehrmechanismus-Dinger, die kann man alle paar Sekunden mal abschließen. Weil wenn man die nicht hat, dann wird man ständig abgeschossen und hat nichts seinem Gegner entgegenzusetzen. Und das ist sehr schlecht. Ihr seht auch gerade, wie ich in der Außenperspektive halt fliege. Das hat einen guten Grund und zwar ist es halt damit sehr übersichtlich. Aber ihr seht, ich treffe halt die Flieger halt noch nicht. Ich fliege außen und wenn ich einen Gegner anvisiert habe, dann gehe ich in die Onboard-Kamera und ich steuere. Das merkt ihr jetzt wahrscheinlich nicht so mit der Tastatur. Das ist auf jeden Fall viel genauer und besser, meiner Meinung nach. So, jetzt will ich gerne diesen Hubschrauber hier aufs Korn nehmen, aber der fliegt mir dann doch ein bisschen zu schnell. Und jetzt merkt ihr, wer dich hier anvisiert, muss schnell aus der Flugbahn kommen. Ich glaube, ich werde hier auch von einem normalen Jet beschossen und jetzt haben sie mich auch. Und ich springe dann mal lieber raus. Also, yeah. Ja, und damit ihr jetzt nicht so viele Wartephasen habt, werde ich das immer schneiden und jedes Mal, wenn ich in einem Flieger bin, werde ich wieder neu aufzeichnen. Und jetzt werde ich erstmal in der Zwischenzeit rumsnipern. Vielleicht kann ich da hier mit der SV 98 irgendwas reißen. Das macht auch immer sehr viel Laune. Da kommt ein Panzer, den kann ich nicht abschießen. Ja, völlig daneben. Aber okay, weiter geht es im Flieger. Es geht hier komplett nur um Luftkämpfe in diesem Video. Und das ist nämlich geil, denke ich mal. So, neuer Versuch, neues Glück. Ein nächster Flieger muss her. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen rumgesnipert und auch zwei, drei Kills gemacht. Also, ganz so schlecht war ich nicht. Und da hätten wir doch einen Flieger in Aussicht. Ne, das war es schon. Ja, es kann manchmal richtig schlecht laufen, wenn die Gegner ziemlich gut sind. Und das scheint hier so der Fall zu sein. Habe ich das Gefühl, oder ich bin auch einfach nur extrem schlecht. Das kann auch der Fall sein. Ähm. Mal schauen, ich muss mich konzentrieren. Ah, leider nicht getroffen. So, immer ganz kunstvoll hier rumfliegen. Und vor allen Dingen, uh. Ähm. Ich muss gucken, dass mich der andere Flieger halt nicht holt. Und ich jetzt mal genug Zeit zum Anvisieren habe. Von diesem Hubschrauber. Jetzt muss ich natürlich gerade drauf zufliegen. Und halt auch mal mein Steuerkreuz. Richtig hinhalten, Mann. Verdammte Axt. Ist halt echt nicht leicht. So. Übrigens, für die, die es nicht wissen, wann schießt man das Zeug ab? Dieser Abwehrmechanismus. Wenn das ununterbrochen piept, dann braucht ihr das nur nicht machen. Wie ihr gerade gemerkt habt. Wenn das ununterbrochen piept, dann hat mich irgendwer anvisiert. Hat aber noch nicht abgeschossen. Der hat erst abgeschossen, wenn es dann so ein hohes Piepen hinterher gibt. Und wenn das kommt, das sage ich euch dann. Zeige ich euch dann. Oh Gott, der Turm. Ja, also ich bin halt wie gesagt im Anvisieren und so noch nicht so wirklich gut. Da muss ich mich noch ein bisschen drin üben. Und das mache ich jetzt hier in dem Video. Von daher, das ist hier kein Skill-Video. Das ist ein Video, wo ich euch zeige, wie ich da am Üben bin. Und am Tun und Machen bin. Wenn ich jetzt mal hier irgendwo einen Gegner hätte. Da ist ein Sniper. Vielleicht schieße ich mal den Sniper da ab. Ich schieße mal daneben. Und bleib mal haushängen. Das passiert einem oft. Ärgerlich. Okay. Nächster Versuch. Ich würde gerne so eine Replay-Animation gerne mal haben. So wie bei FIFA. So das Tor geschossen und dann oder den Kill gemacht und dann sieht man den halt nochmal. Beziehungsweise sein Epic-Fail in dem Fall. Naja gut, nächster Versuch. Ja, neuer Kampf, neuer Versuch. Ich kann den ja auch mal anvisieren. Mal gucken, ob das was bringt. Ja. Alter, ich hab ihn abgeschossen. Aber bin selber abgestürzt, weil ich bin der Kamera nicht klargekommen. So geil. Ich spiele übrigens live, während ich das kommentiere. Merkt ihr ja wahrscheinlich. Oh Mann. Aber ich hab ihn runtergeholt. Ich habe ihn runtergeholt. Oh Mann. Darf man so nicht sagen. Okay, nächster Versuch. Neuer Chat, neuer Versuch. Oder ich kann es ja auch mal mit der Viper probieren. Ich nehme dann immer gerne das, was gerade so anfällt. Am coolsten wäre natürlich, wenn hier auch jemand bei mir spawnen würde. Dummerweise bin ich in keinem Squad drin. Das merke ich gerade. Ich schieße jetzt einfach mal auf diesen drei Milliarden Kilometer entfernten Panzer da. Vielleicht kann ich da was reißen. Also mit dem Heli kenne ich mich noch überhaupt nicht aus. Habe aber schon so ein paar Sachen freigeschaltet. Weil ich da mit einem Kumpel immer drin saß. Völlig daneben. Jetzt geht das gleiche ab. Jetzt muss man bloß Abwehrmechanismus abschießen. Dieses Piepen, was ihr da gerade gegen gehört habt. Und somit habe ich überlebt. Aber irgendwie hat ein Jet das auf mich abgesehen. Ich hoffe, ich kann jetzt wieder nachladen. Oh Mann, ne. Das geht nicht gut. Es sitzt auch leider keiner bei mir drin. Und da ist ein Luftabwehrpanzer, der es nicht gut mit mir meint. Und deswegen runter. Raus aus dem Jet und rein ins Leben des Soldaten. Ja, hier ist ein Panzer hinter mir. Gegen den kann ich jetzt natürlich nichts machen. Aber somit hat der keinen Kill bekommen. Hahaha. Ich fliege, ich fliege, ich fliege tief. Ich fliege hoch. Ich fliege bescheuert. Und ich versuche... Oh, ich sehe da einen. Ich sehe da einen. Der will auf jeden Fall... Der will, der will, der will, der will, der will, der will ist. Der will ist. Uh, der hat es nicht. Ah, er hat... Er hat... Ah, er hat seinen Schuss geändert. Seinen Dings geändert. Egal. Er hat sich abgewehrt. Und jetzt hat er sich vor allen Dingen... Umgedreht. Er ist ja nicht ganz dumm, der Bursche. Also, jetzt nochmal. Ich fliege jetzt auch langsamer. Wechsle jetzt meinen Schuss. Es ruckelt wie die Seuche. Habe ihn abgeschossen. Und, äh... Ja, ihr habt es wahrscheinlich ruckeln sehen. Aber den Typen habe ich mal getroffen. Ist das nicht cool? Yeah, das ist cool. Es hat echt leider Übits geruckelt gerade. Aber naja, was wir zu machen. Juhu. So, da hinten jetzt mal ein Panzer aufs Korre nehmen. Von oben herunterschießen. Von oben herab. Ja, das ist aber leider nichts geworden. Naja. Huuh, Hilfe bei Kill. Yeah. Hier unten ist irgendwo dieser Luftabwehrpanzer. Der wird mich wahrscheinlich auch abschießen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich muss auch aufpassen, wie ich fliege. Ja, die Hoffnung ist halt immer, dass die anderen Leute aus dem Team auch ein paar Gegner markieren. Damit man auch weiß, wo man hinschießen und hinfliegen muss. Und zum Beispiel da hinten ist er mal wieder. Aber das war alles zu kurzfristig. Ah, jetzt wieder Maus weitersteuern. Ja, das ist manchmal ein bisschen nervig. Aber das haben wir ja. Den haben wir gleich. 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 Juhu. Und jetzt nochmal hinterher. So. Hat leider nicht gereicht. So, jetzt muss ich erstmal abhauen. Das ist immer erstmal gefährlich. Aber ich überlebe es sehr gut. Also, so ein paar Skills habe ich da doch drin. Aber man kann auch noch einiges freischalten. Ich habe ja noch nicht alles freigeschaltet. Ich würde halt mal gerne so einen Panzer abschießen. Aber das ist halt echt super schwer, glaube ich. Ich treffe den überhaupt gar nicht. Juhu. Was? Ich habe da jetzt abgewehrt. Ja, klar habe ich abgewehrt. Nein, ich bin noch nicht weit genug weg. Muss ich abhauen. Aber das wird nichts. Ah, ich bin... Ich bin gleich tot. Ja, mich haben sie. Ja, so passiert das dann halt. Boom. Kabum. Bautz. Und? Stürzt er ab? Ne, er stürzt nicht ab. Ja, aber das war doch mal ein schöner Flug. Es hat ein bisschen was geklappt. Sehr schön. Ich bin zufrieden. Ja, eigentlich ist das direkt der nächste Start. Also, ihr könntet es eigentlich sehen. Aber wie sie sehen, sehen sie nichts, ne? So, da hinten anvisieren. Man kann übrigens auch im Cockpit rumgucken, wenn man lustig ist. Boah, hier ist der Turm. Ich muss aufpassen, der Turm. Boah, der fliegt eigentlich super scheiße. Der Typi. Aber egal. Los, 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 los. Ist das spannend. Oh mein Gott, wo will er hin? Wo will er hin? Ich muss hinterher. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Aber es hat mich gereicht. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich hin? Wo bin ich hin? Wo bin ich? Auf jeden Fall ist er hier unten. Oh, was für ein Dogfight. Und ich kriege es halt mal überhaupt nicht gebacken. Und jetzt aber nochmal. Los, jetzt, 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 jetzt oder nie. Ja, das war glaube ich ganz gut. Oh, das war diese scheiß Luftabwehrgeschoss. Und ich bin zu nahe drauf zugeflogen. Mist. Aber ich habe ihn kaputt gemacht. Leute. Ich weiß nicht, wie das Video ist, aber mir macht Spaß, hier einfach rumzunuben in der Luft. Auch wenn ich andere und mich selbst kille. Ich habe ja trotzdem irgendwo auch ein paar Erfolgserlebnisse. Jetzt heißt es kurz warten und hoffen, dass ich den Flieger gleich kriegen kann. Ja, so muss man, muss man das halt machen, wenn man halt auch fliegen will, die ganze Zeit. Da muss man halt hier kurz warten, dass der Flieger wieder aufgesetzt wird und dann schnell klicken. Klicke die klick. Jetzt müsste er aber mal so langsam da sein. Oder? Das ging unglaublich schnell. Ne, siehste? Da ist er wieder. Und ab hier die Post. Ich dachte früher, man kommt nie zum Fliegen. Aber wie ihr seht, das geht auf manchen Servern. Und wenn halt nicht wirklich alle am Fliegen sind, dann geht das halt wirklich super. Ja, der hat mich jetzt schon ziemlich fies angeschossen, muss ich sagen. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich da von dem einen wegkomme. Der wird mich jetzt wahrscheinlich jagen. Da, unten ist er. Und ich hoffe, ich repariere mich ein bisschen selber. Ja, was macht der denn da? Ja, Mai, was machst du denn da? Und vor allen Dingen, was mache ich da? Yeah! Oh, endlich hat es mal geklappt. Endlich war ich erfolgreich. Was soll hinter dem jetzt her? Ah, der hat es gerade abgeschossen, das Zeug. Das ist sehr gut. Ja, da kannst du steigen, wie du willst. Du wirst nämlich jetzt abgeschossen. Was? Der hat es geschafft. Der Drecksack. Naja. Keine Ahnung, wie er es geschafft hat. Aber er hat es geschafft. Oh, Mann. Ich habe den doch fast abgeschossen. Ja, siehst du, jetzt ist der Hubschrauber nämlich abgeschossen worden. Juhuhu. Und ich, meine Güte, gehe das ab. Ich glaube, so gut war meine Flüge noch nie, wie jetzt gerade in diesem Augenblick. Also ihr seht gerade den Anbeginn einer neuen Ära. Bastis gilt sich hier übelst in Chats. Wahrscheinlich schreibt die Hälfte der Leute so, ey, die anderen können ja gerade gar nichts. Sie sind alle schlecht. Ja, aber... Ich habe es mir erarbeitet. Juhu. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Oh, Mist. Es ist vorbei. Okay, dann gehe ich mal auf eine andere Map, damit ihr nochmal was anderes sehen könnt, wo ich fliege. Mein Team hat verloren, aber ich für mich habe gewonnen. Juhu.